Hi Leute, ich würde mich nur bei euch nochmal melden. Also jetzt in den Ferien kommen keine Videos, weil ich möchte meinen Urlaub noch genießen. Ich arbeite ja noch teilweise, aber es ist so wie in jedem Job, kann man sagen. Und ja, ich habe am Wochenende aufgeräumt, ein bisschen kann ich das euch mal gerne zeigen. Nein, das sieht man nicht. Also ich habe mich schon aufgeräumt, ein bisschen geputzt auf dem Boden wieder, weil ich habe gerade so viel zu machen. Moment, ganz viel Kram und so etc. Und ja, ich bin doch noch müde dermaßen. Ähm, ja, jetzt in dieser Switch muss ich echt schauen, da muss ich jetzt echt, ja, da muss ich gucken jetzt. Ähm, ja, und ich muss gucken, wie ich es hinkriege, auch hingebacken bekomme. Weil die Switch leicht, ich nicht schlecht, aber die große ist ein bisschen besser und ich bin auch da als bei Munchuk, wie heißt es, Joy-Con, Sladekarten und so. Ich finde das eigentlich schon besser und es kommt ja jetzt bald im November, am 3. oder am 5. oder am 6. das Bagugan, die neue Serie von Bagugan. Und das kommt ja jetzt auch bald raus und dann kommt von Band 10, ähm, ja, von, wie heißt die, Band 10, wie heißt das, Power-Up, Power-Up. Genau, genau, von Band 10, Power-Up, Epic oder wie der so heißt, kommt jetzt von der dritten oder von der vierten Staffel und das wird auch für Playstation und für Xbox und für PC erhältlich sein. Und darum freue ich mich schon gut und weil das, und das würde ich ja auch noch unboxen und Let's Play Baguganer, also wir haben so viel Let's Plays eigentlich, Bente, Yu-Gi-Oh, äh, Lego City würde ich so noch machen und, ähm, wie heißt das, ähm, Lego City, ne, Lego City habe ich doch gesagt. Also, GTA würde ich machen, aber ob das geht, muss ich schauen. Also Leute, haut rein, tschüss, ich wünsche euch was, tschüss, haut rein, haut rein, haut euch alle lieb, passt auf euch auf, ich wünsche euch was, okay, und schöne Ferien.